Heute wollen wir uns mal ein bisschen Smart Home anschauen oder wie ihr seht Gebäudeautomation, Hausautomation, intelligentes Wohnen, das ist irgendwie alles so dasselbe. Darunter wird meistens verstanden, dass intelligente Hausgeräte, wobei das der falsche Begriff ist, weil meistens sind es eher die dummen Geräte, irgendwie miteinander vernetzt werden und so einem das Leben erleichtern sollen. Ich bin schon lange im Smart Home Bereich aktiv. Ich glaube Haussteuerung oder Steuerung allgemein war auch mein Einstieg in der Elektronik vor sehr langer Zeit. Ich habe ja auch inzwischen mit Asus Bus da mein eigenes Steuersystem, aber die meisten von euch werden das nicht haben und selbst wenn, es ist ja auch schön irgendwie eine Zentrale zu haben, worüber man das Ding irgendwie dann per Smartphone steuern kann oder per PC. Denn ja nicht jeder möchte Lichtschalter drücken oder wie war das? Wenn wir uns eine Open Source Szene umgucken, da gibt es zwei große Projekte, die haben beide ungefähr das gleiche Ziel. Die wollen möglichst viele Geräte von möglichst vielen Herstellern unterstützen und dann eine einheitliche Oberfläche bereitstellen. Das bekannteste, das dürfte Open Hub sein. Das ist Open Home Automation Base oder so ähnlich. Ne, wie auch immer. Das ist also ein Steuersystem, was Open Source ist. Wenn wir auch irgendwo hier die Screenshots groß kriegen. Hier haben wir zum Beispiel so ein Standard Panel, wie das aussehen kann. Wir haben hier die Flure, Temperaturen zum Beispiel und wenn wir irgendwo reingehen, dann können wir hier Sachen an und ausschalten und so weiter. Problem an Open Hub, zumindest mal für mich, das sehen wir direkt hier auf der ersten Seite, die man zur Begrüßung bekommt. Developed in Java. So, ich bin kein allzu großer Freund von Java, weil frisst meistens relativ viele Ressourcen und allgemein nicht mein Fall. Deswegen hatte ich weitergeguckt und bin hier bei dem gelandet. Das ist der Home Assistant oder kurz HASS. Ja, für Deutsche eine tolle Abkürzung. Ist ein alternatives System. Hat, wie ihr hier sehen könnt, nur ähnliche Oberfläche. Wir haben hier zum Beispiel Lichter und die können wir dann hier ein- und ausschalten. Die oben Temperaturen und solche Sachen. Und ja, das Ganze ist in Python 3. Python ist jetzt auch nicht unbedingt meine Hauptsprache, aber es ist noch nicht ganz so tief auf der mag ich nicht Scala wie Java. Von daher, hol mal doch das. Hauptsächlich ist das Ganze gebaut für einen Raspberry Pi. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Raspberry Pis haben nicht unbedingt den Ruf, besonders zuverlässig zu sein. Deswegen, gerade wenn wir von Steuerung reden, da bin ich kein Freund von. Was auch relativ gut und schlecht zugleich ist, das ist hier, wenn wir drauf gucken, letzter Release, 30. April. Es kommen hier quasi alle paar Tage, Wochen neue Versionen raus, die dann neue Sachen unterstützen, alte eventuell reparieren. Ist natürlich schön. Heißt aber auch, wie ihr solltet ab und zu mal ein Update machen, wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt. Um mal so eine Übersicht zu kriegen, können wir unter Komponenz gucken. Da ist einfach mal so eine Liste von allem möglichen Zeug, was da unterstützt wird. Also ihr könnt da irgendwie vom Staubsauger über Ikea-Lampen, über euer Media Center, WLAN und im Zweifelsfall auch euer Auto so ziemlich alles benutzen. Also daran soll es irgendwie nicht hängen. Die Liste ist sehr lang, was ihr da machen könnt. Wir wollen aber erst einmal das Ding ans Laufen kriegen. Wenn wir dann oben auf Getting Started klicken, dann kriegen wir direkt hier die Anleitung für Has.io. Das ist deren Distribution für den Raspberry Pi. Das geht dann natürlich relativ flott. Einfach das Image hier herunterladen, mit Etcher oder ähnlichem das Ganze auf die SD-Karte machen, reinstecken und hey, ihr seid fertig. Also so ungefähr. Das Ganze gibt es auch noch als alternative Methoden. Das hier ist wie gesagt für den Raspberry Pi 3. Es gibt noch die ältere Variante. Das ist Hasbian. Das ist auch dann für Raspberry Pi 0, 2, 3 und 3b plus was auch immer das alles ist. Aber wie gesagt will ich ja nicht. Also gehen wir direkt hier in Python rein. Das heißt wir brauchen irgendeinen Python 3, möglichst 3, 5 oder später. Sollte heute eigentlich bei allen größeren Distributionen verfügbar sein. Ich meine sogar Debian sollte inzwischen soweit sein. Außerdem wird hier empfohlen ein Virtual Environment zu benutzen. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil. Es ist im Prinzip eine Art Container kann man quasi sagen, wo alle Voraussetzungen für den Home Assistant drin installiert werden. Das ist dann im Nutzer Kontext. Der ist vom System unabhängig. Heißt natürlich solche Sachen wie Software Updates vom System schießen euch da nichts kaputt. Aber andersrum auch sie kommen da nicht an. Das heißt eventuell schleift ihr da irgendwelche alten Versionen mit bekannten Sicherheitslücken mit und das in eurer Haussteuerung. Also wenn ihr das benutzt regelmäßig auch da drin Updates machen. Die Standard System Updates machen das nicht mit. Theoretisch kann man es auch ohne machen. Da müsst ihr allerdings an aufpassen. Das ist ein bisschen komplizierter je nach Distribution die ganzen Libraries an die richtige Stelle zu bekommen. Geht zwar per PIP aber das kracht dann manchmal mit den Paketmanageern und wir benutzen dann lieber hier VENV. Für Debian stehen hier die Pakete drin. Ansonsten ich denke ihr kriegt es raus wo man PIP und VENV für Python 3 herbekommt. Das sollte sich finden lassen. Ich würde sagen wir machen erstmal ein VENV. Dafür habe ich hier einen leeren User. Wenn wir hier mal reingucken da ist nicht wirklich was. Das erste was wir machen ist hier dieses VENV. Damit legt er ein neues Verzeichnis mit dem Namen Home Assistant an und bereitet das vor für unsere Python Späße. Ihr habt gesehen dauert einen kleinen Moment. Können jetzt da reingehen. Wenn wir hier uns mal umgucken. Da hat er jetzt so BIN, INCLUDE, LIB, LIB64 also so die gängigen Sachen in diesem Unterordner reingelegt. Wir müssen jetzt noch dafür sorgen dass unsere Shell hier wo wir tippen auch weiß dass er bitte hier in diesem Container arbeiten soll. Dazu gibt es dann SOURCE, BIN ACTIVATE und jetzt steht auch hier vorne in Klammern dabei. Okay wir arbeiten jetzt gerade im Kontext von diesem Ordner Home Assistant. Nächster Schritt ist wir installieren per pip. Einmal install real. Successfully installed. Ist also alles da. Das hat er jetzt auch von der Python Webseite direkt heruntergeladen. Das läuft also nicht über eure Distribution. Was euch eventuell aufgefallen ist. Ich habe direkt pip getippt. Hier wird empfohlen python3-mpip zu benutzen. Das hat damit zu tun. Hiermit geht ihr sicher dass ihr das pip von python3 benutzt. Weil python2 hat auch eins. Ich bin hier unter Arch Linux. Da bin ich mir sehr sicher dass pip das von python3 ist. Nicht python2. Von daher kürze ich mir das ein bisschen ab. Ist jetzt hier noch am meckern weil mein pip nicht aktuell ist. Ja ich habe mein System nicht aktualisiert. Yay. Keine Neuigkeit. Soll jetzt mal nicht so interessieren. So. Jetzt sagen wir noch pip install home assistant. Tant. Wichtig tippen hilft. Und auch hier sehen wir jetzt. Er lädt jetzt jede Menge Sachen runter. Oder holt es aus irgendwelchen Caches. Das sind die ganzen Voraussetzungen die wir brauchen. Und das alles wird jetzt in diesem Ordner hier rein installiert. Habt ihr jetzt gesehen. Er sagt jetzt hier unten schon. Installing collected package successfully installed. Unter anderem Home Assistant in der aktuellen Version. Und das war es auch schon mit dem Setup. Denn ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt kann man auch Autostart konfigurieren. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es verschiedene Varianten. Systemd, Upstart, initd. Je nachdem was ihr so haben wollt. Müsst ihr ein bisschen rum basteln. Weil ihr halt da im Kontext arbeitet. Das ist dieses Python Virtual Environment. Aber hier ist eine Vorlage. Ihr müsst im Prinzip nur die richtigen Pfade hier eintragen. Das war es dann schon. Ich werde das Ganze hier per Hand starten. Und einfach sagen. Hass. Open UI brauche ich nicht. Das öffnet im Prinzip nur den Browser. Ihr seht jetzt hier kommen ein paar Meldungen. Das ist jetzt erst der Starter bereit. Der einiges vor. Installiert er noch ein paar Sachen nach. Und so nach einer Minute oder so sollte er dann halbwegs durch sein. Dann können wir mal so Richtung Browser gehen. Dann versuchen wir das einfach mal. Nämlich Localhost oder die IP von eurem Server geht natürlich auch. Doppelpunkt 8123. Drücken einmal Enter. Und nope. Noch nicht da. Also er ist immer noch am Installieren. Na dann warten wir noch ein bisschen. Ja doch. Hier. Ja. Jetzt ist er fertig. Home Assistant Initialized. 63,07 Sekunden. Jetzt aber. Waren wir wohl ein bisschen schnell. Und da sind wir schon. Unser Home Assistant läuft jetzt. Wir haben schon ein paar Sachen hier drin. Zum Beispiel zeigt er hier oben den aktuellen Sonnenstand. Also ist die Sonne über dem Horizont oder unter dem Horizont. Wir können bereits hier ein paar berechnete Werte sehen. Zum Beispiel, dass in fünf Stunden die Sonne untergeht. Ich glaube, der ist am falschen Standort. Nein, geht es hier nicht. Wir sehen das aktuelle Wetter. Wo auch immer das jetzt ist. Denn mein Standort ist es wie gesagt nicht. Deswegen sollten wir eventuell das, was hier steht benutzen. Ein bisschen größer kann man es auch lesen. Nämlich Configuring Home Assistant. Die Komponenten Troubleshooting. Getting Help. Was außerdem noch eventuell für euch interessant ist. Hier oben gibt es noch die Spracherkennung. Das Ganze bin ich mir jetzt nicht sicher. Es wird über den Cloud Dienst laufen. Also ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr da auf eure Datenschutz achten wollt. Und hier oben gibt es noch ein Menü. Was da interessant ist, ist einmal das Logbuch. Da kann man sehen, was denn so alles passiert ist im Haus. Verlauf ist von den einzelnen Komponenten. Nochmal das Logbuch grafisch aufbereitet. Und was für mich ganz interessant ist, sind die Zustände hier unten. Wenn wir da reingehen. Das ist dann schon so Richtung Programmieren. Da können wir nämlich sehen, wie diese ganzen Sachen heißen, die wir hier nutzen. Zum Beispiel diese Sonne, die wir eben gesehen haben. Das ist Sun.Sun. Den könnte ich hier dann auch ansteuern. Das brauchen wir später, wenn man da mehr Sachen programmiert. Je nachdem, was ihr in eurem Netz habt. Taucht bei euch ja auch noch mehr auf. Wir können zum Beispiel. Hammer hier. Ja, Hammer. Moment. Ne, will wohl nicht. Ich hatte gerade mal so ein Chromecast angeschlossen. Ich dachte, der wäre da. Ah doch. Jetzt kommt er. Hier haben wir unseren Chromecast. Der wird also zum Beispiel automatisch erkannt. Und ich gehe davon aus, wenn ihr irgendwelche Smart Home LED Gedönse in eurem WLAN habt, dann würde das auch automatisch erkannt und hier schon angezeigt. Wie auch immer, gucken wir uns mal an, wie wir die Konfiguration machen können. Dafür gehen wir wieder auf die Textkonsole. Das ist am einfachsten. Ich beende den jetzt hier mal. Theoretisch kann man den noch laufen lassen, dann Reload machen. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier noch mehr Terminals zu machen. Wir gehen einfach einen Ordner nach oben, also wieder in unser Home Verzeichnis vom Nutzer. Wenn wir hier nochmal angucken, dann ist ein neuer Ordner hinzugekommen, nämlich Punkt Home Assistant. Das ist das, wo die ganzen Konfigurationen und Logs und so gespeichert werden. Wenn wir reinschauen, da ist für uns ganz richtig die Configuration Punkt YAML. YAML, das ist Yet Another Markup Language. Das ist so ein Syntax-Stil. Was ihr wissen müsst, achtet ein bisschen auf die Doppelpunkte und die Einrückung. Er mag der ganz doll. Wenn wir das hier aufmachen, haben wir schon ein paar Beispiele drin. Zum Beispiel können wir hier unsere Latitude und Longitude eintragen, sodass er unseren Standort auch kennt. Dann geht das wahrscheinlich mit der Sonne und mit dem Wetter ein bisschen besser. Dann tragen wir das doch direkt mal ein hier. Jetzt ist die Frage, was war was? Ich glaube, das war Longitude, oder? Ich komme da immer durcheinander. Wir sehen es gleich, wenn ich irgendwo mitten im Meer oder der Antarktis lande, dann waren wir offensichtlich falsch. Das Maß-System sollten wir natürlich von diesem seltsamen, wo nichts zusammenpasst, auf irgendwas Sinnvolles stellen wie Metric, weil das ist das einzige Sinnvolle offensichtlich. Zeitzone. Dürfte Europe Berlin passen. Er verweist hier nochmal auf die Wikipedia. Da kann man gucken, wie die alle heißen. Klingt nach Europe Berlin. Das nächste, was wir haben, ist hier dieses Introduction-Doppelpunkt. Das ist diese Kachel, die uns sagt, hier, editier mal die Config. Die können wir, denke ich, mal rausschmeißen. Dann löschen wir die Zeilen. Enables Configuration UI. Enables HTTP. Ja, das macht ganz gut Sinn. Dann ist hier standardmäßig der Updater aktiv. Der guckt nach, ob eine neue Version da ist und sagt euch dann Bescheid. Der sendet außerdem mit, welche Komponenten ihr nutzt. Das könnt ihr hier ausschalten, wenn ihr wollt. Wenn ihr es mitschickt, wird es von denen hier, wie ihr hier sehen könnt, benutzt, um entsprechend rauszufinden, wofür wird denn Home Assistant benutzt. Wo macht es Sinn, die Entwicklungsressourcen reinzustecken. Könnt ihr hier auswählen. Standardmäßig ist es an, wie gesagt. Wenn ihr auf Datenschutz guckt, dann könnt ihr das hier abschalten. Discovery ist das, dass er automatisch Geräte findet, wie eben der Chromecast, den ich hier mal eingesteckt habe. Conversation ist die Voice Commands, History, Logbook. Ja, wollen wir im Prinzip alles haben. Sonne, Sensor und Text-to-Speech macht er hier per Default über Google. Gibt es wahrscheinlich auch andere Anbieter. Könnt ihr auch in dieser Komponentenliste hier mal gucken. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo Text-to-Speech. Genau, können wir draufklicken. Dann kriegen wir eine Liste, was wir denn alles so benutzen können. Zum Beispiel dann auch Pico Text-to-Speech. Das wäre dann, wenn ich richtig im Kopf habe, lokal. Jo, genau. Offline Pico Text-to-Speech Engine. Und hier seht ihr auch die großen Vorteile, wenn wir zum Beispiel hier uns mal das TTS Google angucken, was ja schon drin ist, Plattform Google. Da gibt es noch weitere Komponenten. Und zwar können wir optional die Sprache angeben. Wäre für uns vielleicht nicht so schlecht, da hier dieses DE hinzuschreiben. Denn ja, ohne versucht er die deutschen Sachen auf Englisch zu reden. Und das wollen wir ja nicht. Also sagen wir hier DE. Und starten wir das Ganze nochmal. Gucken, ob sich da schon ein bisschen was verändert hat. Ihr habt ja wahrscheinlich noch im Kopf, was da eben so war. Und da müsste auch schon wieder da sein. Ja, das sieht gut aus. Ihr habt also gesehen, ich habe jetzt nichts per Hand neu geladen. Er hat es automatisch neu verbunden. Chromecast taucht auch wieder aus. Und wenn wir hier gucken, unter dem Horizont. Die Sonne ist also bereits untergegangen. Sie geht in 6 Stunden um 4.21 Uhr auf und geht um 16.48 Uhr hier unter. Außerdem haben wir hier das Wetter. Das dürfte jetzt auch halbwegs richtig sein. Gehe ich von aus. Vom norwegischen Wetterinstitut. Hier in der Historie seht ihr jetzt, es gibt viele Stellen, an denen Home Assistant sicher noch ein bisschen Politur braucht. Hier beispielsweise, das ist das Symbol für Sonne. In der Historie steht dann aber irgendwie nur Symbol 2, Symbol 1. Ihr könnt aber nicht sehen, was das jetzt heißt. Also das hier heißt zum Beispiel Sonne offensichtlich, weil wir sind immer bei Symbol 1 mit der Sonne. Yay. Ja, nächster Schritt wäre dann eure Komponenten irgendwie einzubinden, wenn es nicht automatisch gemacht wurde. Das heißt, ihr geht hier rein, sucht euch mal raus, was ihr denn so zu Hause habt und ob das Ganze irgendwie unterstützt wird. Was für Buster natürlich ganz interessant ist, man kann solche Späße machen wie HTTP, irgendwelche Sensoren darüber abfragen oder auch für die neueren Leute MQTT. Da gibt es jede Menge unterschiedliche Sachen. Nicht erschrecken, das ist für unterschiedliche Dinge halt. Wir können zum Beispiel Presence Detection machen, also ob jemand zu Hause ist oder nicht. Cover sind solche Rollläden oder ähnliches in die Richtung. Lüfter, Klimaanlagen, Licht. Das kommt halt immer darauf an, was ihr gerade haben wollt. Machen wir mal einen ganz einfachen Sensor. Da seht ihr hier, wenn wir da drauf gehen, ist auch schon eine Beispielkonfiguration da und die ganzen Sachen, die wir setzen können, wenn wir denn wollen. Ihr seht, das kann man sehr ausführlich machen. Meistens macht es auch Sinn, mal durchzugehen. Aber wenn wir es einfach haben wollen, dann reicht auch hier oben das Example. Beenden wir das hier mal wieder und gehen nochmal in die Config. Jetzt gucken wir erstmal, gibt es Bereich Sensor. Und ja, Sensor gibt es bereits. Das heißt, wir brauchen hier nicht nochmal Sensor zu schreiben, sondern wir gehen hier hinten hin, holen die Plattform YR. Ich glaube, das ist dieses Wetter, meine ich. Gehen jetzt hier hin, machen Minus Plattform MQTT eingerückt und jetzt State Topic geben ein, wo unser Topic ist. Dann lasst mal schauen, was ich hier habe. Dann holen wir einfach mal Temp aus und den müsste er so erkennen. Was wir natürlich auch brauchen, wenn wir MQTT benutzen. Das ist MQTT selber. Können wir hier bei Related Components drauf gehen. Da müssen wir die IP-Adresse von Broker und so eintragen. MQTT kommt hier noch nicht vor. Das heißt, ich mache hier oben einfach irgendwo mir mal Platz und mache mir hier ein neues MQTT Doppelpunkt. Nein, nicht eingerückt. Auf die Höhe sollst du. Und dann hier Broker und die IP-Adresse vom MQTT Broker, den ihr nutzt. So, ich habe das jetzt bei mir alles eingetragen. Noch ein paar Sachen mehr, denn bei mir ist das Ganze selbstverständlich mit Zertifikaten und Passwörtern und so verschlüsselt. Man will ja nicht hier jeden, der Zugriff auf WLAN bekommt, da auch Zugriff auf die heimischen Sensoren geben. Und Invalid Config. Lasst mal schauen. Wenn wir hochscrollen, da finden wir dann auch ein paar Fehlermeldungen. Das hier ist vom Sensor, der konnte nicht aufgesetzt werden, weil MQTT selber nicht läuft. Okay, gerade nachgeschaut im Log steht weiter oben, dass es ein SSL-Fehler ist. Also von meinem Setup. Moment. Okay, und ich bin gerade auf ein anderes System gewechselt, aber so sollte es dann ungefähr bei euch aussehen. Wir haben die beiden Symbole, die wir bereits hatten. Sun und YR. Und wir haben jetzt zusätzlich dieses MQTT Sensor und im Moment 12,1. Das ist jetzt die aktuelle Außentemperatur. Ist jetzt natürlich alles nicht so schön. Also gucken wir mal, ob man das schöner machen kann. Dazu gucken wir einfach hier nochmal in die Doku rein. Und wenn wir hier gucken, ja, Name klingt doch ganz gut. Default Value MQTT Sensor. Ja, vielleicht sollte man das Ding irgendwie sinnvoll umbenennen. Und auch Unit of Measurement. Was ist denn das überhaupt für eine Einheit? Was ist denn das überhaupt für eine Einheit? Außerdem haben wir noch Icon. Klingt auch alles gut. Yay. Okay. Ähm. Krallen wir uns nochmal die Config. Und schreiben jetzt hier einfach dabei. Name Doppelpunkt Temperatur Außen. Okay. Ich habe jetzt gerade leider kein Terminal hier, was Sonderzeichen kann. Deswegen geht das nicht ganz so gut. Und Unit of Measurement. Und hier käme jetzt gerade Celsius hin. Auch das natürlich eher schlecht bei meinem Terminal-Emulator gerade. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und einmal neu machen, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir dann hier die richtige Anzeige. Wir bekommen die Temperatur Außen angezeigt als Text und haben hier unten in diesem Kreis noch ein kleines Grad Celsius drin. Außerdem, wenn wir jetzt draufklicken, kriegen wir jetzt hier so eine schöne Tabelle. Äh. Beziehungsweise ein Diagramm, wo wir die Temperaturen der letzten Zeit so sehen können. Ähm. Das ist nur für Kurzzeit wirklich sinnvoll brauchbar. Ihr seht jetzt bei mir ist es seit 23 Uhr 5 Uhr aufzeichnet. Äh. Theoretisch sollte es auch länger gehen, aber bei mir läuft das nicht ganz so rund. Ich habe allerdings auch einiges dran rumgefummelt, weil äh. Ich hatte da auf einmal so eine 4 GB Datei mit Historiendaten. Und das war dann doch ein bisschen viel für mein System. Deswegen habe ich da versucht, das auszudünnen absichtlich. Gut. Messwerte ist eine Sache. Steuern eine andere. Also machen wir uns noch einen schönen Schalter dabei. Wenn wir hier gucken. Es gibt hier den MQTT-Switch. Das wäre um irgendetwas an- und auszuschalten. Wir können aber auch spezieller werden. Zum Beispiel für einen Lüfter, für eine AC, also eine Klimaanlage. Oder für ein Licht. Ich gehe jetzt absichtlich mal auf Licht. Die einfachste Konfiguration. Die läuft im Prinzip identisch. Nur, dass wir nicht Sensor-Doppelpunkt, sondern Light-Doppelpunkt haben. Und da schreiben wir Plattform MQTT und dann Command Topic und das, wo er es hinschreiben soll. Standardmäßig schickt er für an, glaube ich. Ja, für Anschickter ON in Caps Lock und für Ausschickter OFF in Caps Lock. Auch das kann man anpassen. Ich habe hier momentan selbst gebastelte Licht-Controller auf dem ESP8266 testweise mal in Betrieb. Die laufen allerdings nicht mit MQTT, sondern die laufen mit MQTT-JSON. Dabei wird ein JSON-Konstrukt per MQTT übertragen. Er hat die Möglichkeit, da noch gewisse Sachen wie Transitions und so weiter mit reinzumachen. Deswegen bin ich da drauf gegangen. Denn ich habe hier Animationen drin. Also was heißt Animationen? Fade in, fade out. Die könnte man auch anders konfigurieren. Aber eh, hier so hatte ich die einfachen Vorlagen gefunden. Deswegen bin ich den Weg gegangen. Auch das sieht nicht unbedingt anders aus. Nur heißt jetzt die Plattform nicht mehr MQTT, sondern MQTT-JSON. Und ja, ich kopiere mal gerade etwas zusammen. Und das kann dann zum Beispiel hier so aussehen. Wir haben jetzt hier entsprechend die Plattform. Namen vergeben. In dem Fall Schlafzimmer-Raum, weil ich habe keine Lust, mich auf der Couch hier weg zu bewegen. State Topic, Command Topic. Ihr habt eben im Beispiel gesehen aber nur ein Command Topic. Ich habe ein State Topic dabei. Das heißt, der kann auch nachgucken, was ist denn der aktuell wirkliche Stand. Außerdem habe ich Brightness angeschaltet. Ich kann also auch die Helligkeit einstellen. Effekte, ja gut, benutze ich eigentlich nicht. Optimistic Transition. Das können wir einfach mal weglassen. Das ist sehr speziell. Ja, holen wir uns das mal rein. Und schon haben wir dieses Teil hier. Wir haben eine Einheit, die sich jetzt Lichtteile nennt. Hier so eine Kachel. Haben entsprechend Licht, Schlafzimmer, Raum. Und wenn wir hier drauf drücken, dann sollte da theoretisch auch was passieren. Und das sieht auch gut aus. Hier vorne das Icon kann man im Übrigen auch ändern. Wenn ihr das machen wollt. Noch ein kleiner Tipp. Wenn wir hier nämlich rein gucken, da gibt es glaube ich nur Icon Doppelpunkt, oder? Also anscheinend nicht für Licht, für Light, aber für Switch zum Beispiel. Da können wir Icons festlegen. Hier steht nur als Beispiel NDI Doppelpunkt Radiator. Als String. Kleiner Tipp von meiner Seite. Ihr wollt auf die Material Design Icons gehen. Sprich Material Design Icons.com. Und wenn ihr da seid, da sollte hier gleich irgendwo auch ein Suchformular. Ach ne, hier oben ist es ja schon erscheinen. Ja, mein PC ist dafür ein bisschen zu langsam. Aber nochmal könnt ihr hier bei der Suche etwas eintragen. Zum Beispiel, was weiß ich, Thermometer. Und dann filtert er das Ganze raus. Und hier unten sind jetzt gleich nur noch Thermometer drin. Dann können wir dann anklicken, was wir haben wollen. Okay. Hat jetzt nicht funktioniert. Ich habe jetzt einfach mal einen anderen geholt, weil es hier so langsam ist. Und dann habt ihr hier oben diesen groß geschriebenen Text. Das ist der Hauptname. Den könnt ihr dann benutzen. Also MDI Doppelpunkt Access Minus Point Minus Network. So könnt ihr das Icon ändern. Ich bin ja schon etwas weiter. Wenn wir hier zum Beispiel auf meins drauf gucken. Ich habe hier mehrere Kacheln gemacht. Das sind sogenannte Gruppen. So kann man dann Räume zum Beispiel gruppieren. Man kann auch hier oben diese Tabs verwenden. Ich habe hier oben schon ein bisschen mit Anwesenheit experimentiert. Das ist jetzt einfach, ob meine Geräte im WLAN sind. Und am Schluss könnte man dann auch noch Automationen dabei machen. Hier steht jetzt zum Beispiel, wenn der Türöffner für mehr als fünf Sekunden an ist, dann schalte den Türöffner aus. Einfach um da nicht die Spulen zu überlasten. Man kann aber natürlich auch solche Sachen machen, wie wenn jemand zu Hause ist und draußen dunkel ist, dann schalte Licht im Flur an oder solche Sachen. Das ist ja auch eigentlich das, was man hinter Smart Home versteht. Ist jetzt bei mir nicht so ganz das, was ich mache, weil ich versuche die Intelligenz in meinem Steuernetz zu halten. Und nicht in hier so einer zentralen Einheit. Aber man kann es auch hier drüber entsprechend dann konfigurieren, wenn einem das lieber ist. Ihr seht, ich benutze das Ganze momentan mehr oder weniger einfach nur als GUI für meine ganzen Sachen. Hier diese Lichter, die sind zum Teil auch in meinem CAN-Netz drin. Da bin ich so ein bisschen mit MQTT-Gateways am rumexperimentieren. Das ist alles noch so Alpha, Beta, Gedönse. Zumindest mal die Anbindung an meinen CAN-Bus. Da habe ich noch ein paar Probleme wegen, da nennen wir es mal Echo. Also die Daten, die ich raussende, die kommen ja wieder zurück. Und das muss ich irgendwie als doppelt erkennen. Alles ein bisschen aufwendig. Aber ich denke, ihr habt gesehen, das Home Assistant selber, das funktioniert auf jeden Fall, ist relativ flott eingerichtet. Und gerade wenn ihr schon Smart Home Geräte habt von verschiedenen Herstellern, dann ist es eventuell mal einen Blick wert. Denn so könnt ihr die auf eine zentrale Oberfläche machen. Das ist einfach nur eine Webseite. Das heißt, sie sollte im Browser funktionieren. Sie skaliert auch auf Mobiltelefon oder so relativ gut runter. Und wenn er VPN oder so nutzt, dann sollte sich das auch im Zweifelsfall von unterwegs benutzen lassen. Bitte nicht direkt eine Port-Weiterleitung irgendwie in der Fritzbox einrichten. Keine gute Idee, das geht schief. Ich habe mit Home Assistant jedenfalls mein Ziel erreicht. Ich habe eine grafische Oberfläche, die ich vom PC und Handy aus erreichen kann. Das war so mein Punkt. Wie gesagt, für Automatisierung benutze ich es jetzt eigentlich weniger. Das versuche ich eher in die Knoten selber reinzukriegen. Aber wie zu sehen war, auch das funktioniert, wenn man das denn haben möchte. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein Projekt, wo sich noch viel tut. Es wird immer mehr Hardware hinzugefügt und lässt sich auch relativ einfach auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und tut zumindest dann hier, was es soll. Das war es. Das war es. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020